Europa, wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der Menschenrechte, Schmetterlinge flattern durch ein grenzenloses Europa, Kinder tanzen Ringelreihen. Ich könnte kosten! Und was ist mit den windigen Bankern? Bezahlt doch selber für eure dummen Fehler! Ihr Jämmerlappen! Und schreit nicht nach dem Staat, wenn ihr mal wieder Aua habt! Ihr seid keine Kapitalisten! Ihr seid Basslappen! Und erzählt uns nichts, was wir uns alles nicht leisten können. Genügend Kita-Plätze, anständige Löhne für Krankenschwestern, ordentliche Mindestrenten, können wir uns nicht leisten? Das ist Schwachwinn! Was wir uns nicht leisten können, ist jedes Jahr 160 Milliarden in Steueroasen abwandern zu lassen. Also redet bitte nicht mehr vom Sparen und wie wir Waffen exportieren. Hemmungslos! In Länder, wo die Menschen verhungern! Jedem Diktator seinen Panzer! Jedem Schlechter seine Haubitze! Exporte, Profite, Nullgewissen! Und dieses Freihandelsabkommen, TTIP, die wollen uns Gentomaten und Chlor-Gockel vorsetzen! Die könnte kosten! Und die Konzerne, die sollen unsere Staaten verklagen können! Wenn wir Gesetze machen, die ihre Profite verringern! Ja, seid ihr Ehre! Natürlich hat er recht. Und schon deshalb die Linke wählen, damit sich endlich auch die anderen ärgern. Das ist es! Untertitelung des ZDF, 2020